Herzlich Willkommen zur zweiten Folge in der zweiten Aufnahme, sprich 22, aber nicht Folge 22. Verrückt heute mit dabei sind der Schatzi24. Check it Alex, los! Unsere super tollen Minecraft-Dancer und daneben die liebe Frau Katweneer aka Lissi. Schaut sie euch an, sind sie nicht super... Äh, ja, also ihr werdet bei Let's Dance wahrscheinlich richtig gut, also Dieter würde euch lieben und wer da auch alles mitmacht. Keine Ahnung, ich weiß gar nicht, ich schaue so'n Scheiß nicht. Hallo, bledelt und so. Was ist das? Ja klar, RTL 2 bledelt. Salami, wie ist das hier? Komm Alex, dein Spruch. Mhh, lecker Erdbeckäse. Und da sehen wir mal, wer zu viele RTL von uns schaut. Hallo, ich hab das einmal geguckt. Ja klar, das ist dir so im Kopf hängen geblieben. Mein Vorbild, Andreas. So'n kleinen Oberhärtszicker. Ähm, was war hier? Dort war eine Autobahn mit vielen Autos und einer Bahn... Nein, nein, hier rechts, 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 Amex, rechts, rechts. Rechts, ja, sag ich ja, Autobahn. Rechts ist immer, äh, wo bist du rechts? Ah! Oh, Creeper? Nein. Keine Ahnung. Katze. Katze. Gut, die können... Keine Ahnung, sieht aus, als hätte da jemand wieder gebrusht. Ja, was war... Waren hier nicht Bäume? Du bist ein Baum. Ja, das mach ich ganz gut. Dachte, wenn hier irgendwas explodiert, ne? Auf einmal kommen wieder Leute auf den Tackle zu, aber kaum sind wir da... Ja klar, Eljack, it seems legit, weißt du? So. Los, helft mir! Arbeiten, arbeiten! Ähm, für die Leute, die die erste Folge nicht... Bis wann? Gerade eben. Wie gerade eben? Warte, vor zwei Minuten, ne? Eingekommen, nach zwei Sekunden gleich wieder geläftet. Ups, hab mich verlaufen. Ja, die wollte wahrscheinlich hier zu Opa Topa und sowas. Die haben jetzt irgendwie ihren eigenen... Ja, jetzt kommen sie wirklich alle. Da stehen sie schon wieder, weißt du? Amex, da stehen sie. Hab ich mal Screenshots gemacht. Bist du da stehen, ey? Was macht ihr da? Ihr spielt doch nicht ernsthaft wieder? Äh, nein, wir können Planezeit spielen gehen. Für alle, die nicht wissen, was Planezeit ist, einfach mal auf den Kanal klicken und Planezeit schauen. Und guck mal hier, Alex, das können wir auch weg machen. Dann ist der Eingang einfach eine Stufe niedriger. Schau. Nein, das soll man ja nicht sein, sonst kommt hier wieder so jemand wie Flowgamer. Ja, ich weiß, dass Flowgamer kommt, aber es interessiert mich nicht. Schau hier, zack, zack. So, dann hast du dann Eingang hier. Perfekt. Schau, und du musst sogar nur, Achtung, einen Block wegmachen. Wow. Und du bist schon drin? Verrückt, gell? Diese Welt. Warte. So, und wie machen wir jetzt hier die Kurve? Alex? Nicht einschlafen. Wo hast du nochmal dein Optifine-Dings da? Was? Optifine-Dings da? Also, welche Taste? Auf Steuerung ist die standardmäßig. Auf Steuerung habe ich, dass ich schneller rennen kann. Das habe ich auch. Und dann hast du gesagt, du hast Optifine irgendwo anders. Wo dann? Nein, Steuerung. Dieses schnelle Rennen, dieses hier, habe ich auf Steuerung. Und X, auf X habe ich Optifine. Auf X ist doch X-Ray. Da war doch kein X-Ray. Was? Was? Hab das noch nie gehabt. Ich habe das noch nie gehabt. So. Ich habe mir mal überlegt, nur noch Slowdown mal zu holen, aber. Psst. Wir müssen jetzt hier keine doben Mods vorstellen, wo die Leute nur gebannt werden und ihr Geld verschwinden. Ich weiß nicht mal, was du hier machen willst. Anderseits, ladet euch alle Zombie und geht auf Cube Nation und sie wollen. Nein, Spaß. Nein! Das bekommen wieder Anschiss vom Peppy, ey. Der hat doch seinen Spaß gemacht. Das ist doch Spaß. Alex. Ernsthaft. Ja. Ernsthaft, ey. Und ich wundere mich, warum das Gras nie was wird, ja. Kein Wunder. Ich habe schon gemeint, hier ist alles radioaktiv. Ja. Ja, das wahrscheinlich auch. Ja, und drunter steht ein riesiges Atomkraftwerk. Warum glaube ich dir? Ja, okay, weil Flowgamer hier gebaut hat. Ohne Scheiß, du hast ernsthaft nach KW. Was machst du da? Keine Ahnung, wie lange... So. Ich bin kein professioneller Wegbauer, aber irgendwie wird das schon... Ich habe auch keine Ahnung, wie wir dann die Steine da legen wollen. Überhaupt keine Ahnung, was du hier machen willst. Ich baue dir den Weg schön. Ich bin Tine Wittler, hallo! So. Oh, oh. LJ. Trouble in Minecraft? Ein Check. Boah. Ach, ja. Okay, wir wissen, du weißt, was wir jetzt nachher noch machen. Ihr spielt Trouble in Minecraft? Wie viele Karma hast du da jetzt eigentlich schon, Alex? 7000 und... Was? ...200. Nur so, hast du noch ein Leben? Das ist nichts. Ja, frage ich mich auch manchmal. Es gibt's, Lissi, das ist nichts, der mit den meisten Karma, der hat 103.000 gestern geknackt. Der hat noch mehr, kein Leben. Der hat noch weniger Leben als Lissi. Noch mehr, kein Leben. Der kommt sogar aus Deutschland. Die sieht auch schon 300 Karma, ja. Was? Nicht mal, 200. Glaube ich. Oh, da musst du vorsichtig sein, weil sonst wirst du ja gebannt. Die holt mich gleich bald ein. So. Ja. Ja, so viel wie er das zockt. Okay, ich hab im Planetenzeit auch schon 200... Ähm... Machst du hier. Wie viel hab ich im Planetenzeit? Ich hab im Planetenzeit 246 Stunden. Nee, du könntest ja mal helfen, oder so. Ja, genau, ihr könntet mal helfen, ja. Ja, ich kann mal noch Kies holen. Hallo? Sie ist ein Mädchen, sie kann nicht helfen. Oh, oha. Oh, das hab ich vor lange nicht mehr gehört. Was? Was wohl? Oh, Alter. Alex, wo ist deine Steckdose? Ich muss mal meinen HTC aufladen. Und? Gott. Hier, Charging Bunch. Wow. So schnell. Impossible. Gleich ein Double Overclocker, ey. Überteilt euch. Hat eigentlich jemand mal von euch irgendwie... Ähm... Waaah. Ah! 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 Ja, das ist random enough. Kommst du mal, Alex? Hm? Bringst du mal Kies mit? Kein mehr. Ja, ja. Ey, was hast du in meinem Sack gucken? Äh, achso, warte, ich glaub ich hab was dabei. Ja, ich hab was in meinem Sack. Noch kein mehr. Ich hab mich grad voll erschrocken, was da hässliches Kuhl, was rumläuft. So läuft da... Achso. Hä? Achso. Hä? Wo bin ich... Da da nackter Fuchs rum, ey. Was ist das? Nacktskin, bann! Jetzt siehst du mal, wie wir dich immer sehen. Querti, bleib. Guck ihn dir an. Ja, ich weiß, das sieht voll geil aus. So sehen wir dich immer, wenn du rumläufst. Boah, geil, ich wär gerne ihr. Das ist mir der bösen Nase, IMAX. Es geht. Ja, was soll ich ne Hitler-Nase wieder machen? Wir haben nämlich festgestellt, dass wenn man die Nase in den oberen Layer rein tut... Ähm, rein tut voll gut. Tust du auch? Nein, du hast die nicht, aber der hat den. Was? Ja. Komischerweise stand das bei denen ab. Echt? Warum er das war, ja. Ist mir viel sympathischer. So. Und wir machen jetzt hier noch die Kobbelstorbe. Ja, so Treppen doch, ja. Und jetzt sieht das doch hier auch wieder Bescheid aus, weil das hier so komisch drüber steht. Und das... Ja, ich hab das Weg-Design nicht gemacht. Musste dich bei dir beschweren, tut mir leid. Ex, du bist blöd. Was, du bist blöd? Ja, das war mir klar. Wenn man so meine letzte Französisch-Arbeit anguckt. Ohohohoho. Und, was kam raus? Fünf. Echt jetzt? Meine erste in der ganzen... Weißt du, was mir wesentlich peinlicher ist? Ich hab in Deutsch eine Fünf. Ja, Deutsch ist mein bestes Fach. Okay, ich bin Bayer, ich darf das, aber... Ja. In Deutsch, alter, eine Fünf, das hatte ich noch nie. Eine Fünf in Deutsch, das ist... Und das Geile ist, weil ich in Deutsch noch eine Note hab bis jetzt, weil ich ja erst zum Halbjahr in die Klasse gegangen bin, stehe ich jetzt in Deutsch auf einer Fünf und hab, äh, den Vorrücken, also den... einen Zettel von der Schule bekommen, dass mein Vorrücken gefährdet ist, weil ich halt eine Fünf in Deutsch hab. Aber wir haben noch eine mündliche Schulaufgabe. Ah, hast du super gemacht. Ich hab noch eine mündliche Schulaufgabe und die ist eigentlich kein Problem. Da hatte ich letztes Jahr eine gute, äh... Ich weiß gar nicht, ich glaub eine Drei hatte ich da. Also bekomm ich das dieses Jahr mindestens auf eine Zwei oder noch besser. Mindestens eine Eins. Ob der Schnauzer stopft sie an, klopf, klopf. Was ist das? Ja. Ach, der Schnauzer stützt, das war okay. So. Schau, das sieht doch schon wesentlich schöner aus. Ja, und wie, wenn man die Treppen hochkommt? Zum Fuß. Also hier diese Blöcke, weil... Alex, ohne Scheiß, wer benutzt noch Wege? Schau mal, soll ich dir zeigen, wie ich da hochkomme? Alex, Achtung. Ja. Achtung. Hui. Ist schon klar, aber... Alter, guck mal auf die Minimap, wie das jetzt aussieht. Ja, voll geil. Hier oben sieht's voll dünn aus. Warte, hier. Ja, eben, hier ist irgendwie verkrubbelt. Ja, da mach ich noch ein bisschen dazu. Oh, zeig ich nicht, ich bin alleine. Der soll herkommen. Passwort ist 1234. Dann können wir auch noch gleich für Let's Play All Together... Ah, nee, doch. Ja, genau. Wow, ich wusste gerade gar nicht mehr, welcher Kanal Schnauze hatte. Okay, das fällt keinem auf. Ich hab drin vier... Oh, mein Gott, bist du laut. Hallo Schnauze. Ich hab nichts an mir verendet. Ja, das bin ich. Ich hab dich lauter gedreht gehabt. Ich hoffe mal, du bist einigermaßen... Okay, äh, jetzt noch mit dabei am Ende der zweiten Folge. Lieber Herr Doktor-Schnauzer von Let's Play All Together. Das heißt, Link unten in der Videobeschreibung. Yay! Oder auf meinem YouTube-Kanal findet ihr den Link auf der rechten Seite, weil Doktor Schnauzer und Bodomir124 aka TheNerdinum sind natürlich ein Teil des, äh, Maxi-V-Mex-Gaimio-Versums. Wir müssen noch einen Namen finden. Max-Versum. Aber man muss ja, ähm, dazu sagen, Schnauze, der hat ja nur seinen Doktortitel abgeschrieben, ne? Hab ich gar nicht. Doch, den hast du abgeschrieben. Ja, eben. Der stand irgendwo da und du hast auch D-R davor geschrieben. Deswegen ist auch ein Unterstrich, ne? Richtig. Das wäre so Punkt. Weißt du, den Doktor-Punkt-Schnauzer schon gehabt? Ich brauche einen Namen. Der sieht toll aus, Abschreib. Ja, eben. Eigentlich wäre es Doktor-Punkt-Schnauzer, Doktor-Schnauzer ist ja nur entstanden, weil Minecraft keinen Punkt im Namen akzeptiert hat. Deswegen hast du ihn abgeschrieben. Stimmt, ein bisschen. So. Meine Lieben, wir befinden uns am Ende dieser Folge. Wie schnell die Zeit vergeht? Schon wieder 15 Minuten? Ja, okay. Das war eine kurze Folge. Aber hey, die andere war so alt. Äh, so lang. Du alt. Wir wollen kein alt. Boah, Schnauzer, du ziehst voll das Durchschnittsalter hoch. Ich kann auch wieder gehen. Nein, bleib hier. Wie alt warst du? Du warst jetzt 17, oder? Ich bin jetzt 17. Genau. 1,25. Seit zwei Wochen. Schnauzer ist über 82 Tage älter als ich. Oder wann habe ich? Ich habe in... Genau, 82 Tage habe ich Geburtstag. Dann werde ich 17. Ja, die Kopfhörer mal hochgehen. Ach, so. Danke fürs Zuschauen bei dieser Folge von Let's We Play Cube Nation Tech It. Mit dabei waren Doktor Schnauzer von Let's Play All Together und Lissi und Alex. Gut, dass du es schon mal sagtest. Ja, ich muss wiederholen. Redundant. Auf Wiedersehen. Tschüss. Ihr müsst auch Tschüss sagen. Tschüss. Tschüss. Sehr schön.